Guten Morgen vom Sonnenaufgang in Krüger Park, on top of the world. Es grüßen euch Inge, Jutta und Gushti. Für diejenigen, die sich wundern, wer Gushti unser Ranger denn ist, hier ist die Auflösung. Wir haben Gushti unseren privaten Ranger eingestellt, damit er euch die Wunder dieser afrikanischen Wildnis zeigen kann. Ohne dabei die Privatsphäre unserer Gäste zu stören. Denn diese Gäste wollen auch mal ganz entspannt ohne soziale Netzwerk Urlaub machen. Gemeinsam mit unseren Freunden aus der Schweiz haben wir viele Abenteuer überstanden. Haben reisende Flüsse durchquert und dem Löwe Auge in Auge geschaut. Heute ist leider unser letzter Tag angebrochen, aber wir werden noch einige Abenteuer gemeinsam erleben. Schaut noch einmal unsere kleinen Clips an und dann nächste Woche berichte ich dann live aus der Kalagadi mit vielen wunderbaren Bildern. Bis dahin, bye bye und tschüss Madders. A A A A Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020